Koscheres Essen ist gesund, oder? Nicht unbedingt, aber die US-amerikanische Koscherfleischhersteller Hebrew National vermarktet diese Idee. Mit einem Werbespot mit der Figur Uncle Sam behauptet die Firma, dass die jüdischen Speisegesetze, oder Kaschrut, strenger als die Vorschriften der US-Behörden sind. Sie verlangen eine zurückfältige Kontrolle durch einen ausgebildeten Rabbiner sowie hohe hygienische Standards. Dadurch stehen sie unter, laut ihrem Slogan, einer höheren Instanz. Sie untermauern diese Aussage mit Stichwörtern wie glutenfrei und ohne künstlichem Geschmach auf die Packungen der Hot Dogs. Alles ist rein natürlich. So entsteht das Missverständnis, dass alles koscher, gesunder und besser ist. Die Marketingstrategie verwendet das Missverständnis, um nicht jüdischen Konsumentinnen und Konsumenten zu erreichen. Die Video-Performance Dancing Auschwitz der australischen Künstlerin Jane Common hat im Jahr 2010 eine weltweite Debatte über die Erinnerungskultur an den Holocaust ausgelöst. In dem Video tanzen Jane Common und ihr Vater und Auschwitz-Überlebender Arle Kohn und deren Familie an Orten der ehemaligen NS-Vernichtungsstätten zu dem Disco-Hit I Will Survive. Die Reaktionen auf das Video reichten von Empörung über Vorwürfen der Geschmacklosigkeit bis hin zur Begeisterung für diese neue Art des Gedenkens. Dancing Auschwitz und die Debatten darüber haben viele spannende Fragen aufgeworfen. Darf man an die Massenvernichtung des Holocaust nur in Ehrfrucht gedenken? Oder gibt es auch andere Arten des Gedenkens? Wer entscheidet darüber, wie gedacht wird? Wer hat die Deutungshoheit über die Erinnerungskultur an den Holocaust? Auch Kuratorinnen und Kuratoren haben nicht die Wahrheit für sich gebachtet und sitzen Missverständnissen auf. Und so haben wir in der Ausstellung ein Objekt, ein Ofen, der scheinbar einem Davidstern verziert ist. In Wirklichkeit ist es ein Hexagramm. Und jeder hat die Assoziation, ein Davidstern, das ist ein jüdisches Symbol. Aber dieses Hexagramm ist einfach ein uraltes magisches Symbol, das als Abwehrzeichen gegen Feuer gedient hat. Und daher auch so eine Art Zunftzeichen der Feuerwehr war. Bierbrauereien haben das sogenannte Zeugel, das ausschaut wie ein Davidstern als Zunftzeichen, hat auch nichts mit dem Davidstern zu tun. Aber dieses Objekt, dieser Ofen, kommt von einem privaten Sammler, der eine Adresse hat, wo in den 30er Jahren ein berühmter chassidischer Rabbiner sein Privatbeethaus hatte. Und wir waren der Überzeugung, das ist ein Ofen, den sich wahrscheinlich dieser Rabbiner speziell hat anfertigen lassen. Aber in Wirklichkeit war es eher ein Massenprodukt. Ich habe schon in anderen jüdischen Museen auch solche Öfen gesehen, die mit einem Hexagramm verziert waren und wo jeder denkt, das ist ein Davidstern. Und wir hatten diesen Ofen zweimal schon ausgestellt, bei uns im Jüdischen Museum, in der Meinung, er hatte eine spezielle jüdische Bedeutung und dem ist aber nicht so. Wenn man sich im Fernsehen Dokumentationen über das Judentum oder auch über die Leiden von Jüdinnen und Juden unter dem Nationalsozialismus ansieht, dann ertönt sehr oft im Hintergrund so ein langer, trauriger Klarinettenton. Und dieser Klarinettenton, dieses Instrument selber ist in gewisser Hinsicht zu einem Klischee, zu einem Synonym für das Judentum geworden. Das wollten wir ein bisschen konterkarieren, weil natürlich die Klarinette hat für Tanzmusik, aber auch für Hochzeitsmusik gedient. Und wir sind in Paris auf die französische Band Yom and the Wonder Rabbis gestoßen, die einen sehr ironischen Zugang dazu haben. Einerseits, weil sie sehr lyrische, aber auch sehr fetzige Musik auf ihrer CD präsentieren. Aber das ganz Besondere daran ist die Covergestaltung, weil die Wonder Rabbis, die Band, werden so im Stile von Marvel Comics dargestellt. Sie fliegen durch die Luft, sie haben magische Kräfte. Der Musik, der Klarinette insbesondere, werden damit quasi auch magische Kräfte zugesprochen. Die Zeit von Wien um 1900 hält immer noch Überraschungen bereit, beziehungsweise man weiß noch längst nicht alles darüber. Das Thema Gush Weave ist zum Beispiel noch sehr, sehr wenig bekannt. Aufgebracht wurde es von Karl Kraus im Jahr 1900, der behauptet hat, dass die Franzosen auf der Pariser Weltausstellung die Kunst von Gustav Klimt als Gush Weave bezeichnet hätten. Das war natürlich ein Rundumschlag, sowohl gegen den Geschmack von Juden, von jüdischen Käufern, als auch gegen die Wiener Sezession und Gustav Klimt, deren Gegner Karl Kraus war. Er hat nämlich damit gemeint, dass sowohl Juden einen schlechten Geschmack haben, als auch eben die Kunst, die diesem Geschmack entspricht, nicht gut sein kann. Interessant ist, diese Dose, die wir hier haben und die wir für das Museum eigens angekauft haben für diese Ausstellung, die zeigt einen Ausschnitt aus dem Porträt der Adele Bloch-Bauer, dieses berühmte goldene Porträt. Und das ist heute akzeptiert, beziehungsweise unglaublich beliebt. Das ist Teil des Kanons der Weltkunstgeschichte. Und die Menschen hätten natürlich gerne das Original, können sich aber nur diese Puderdose kaufen mit einem Ausschnitt daraus. Unsere hundertste Position ist eine Arbeit der israelisch-amerikanischen Künstlerin Andy Arnowitz. Es sind sehr viele bewegende Elemente, man kann die Kreise drehen. Und diese Bewegung deutet auch darauf hin, dass Missverständnisse an sich nicht Stabiles sind. Manche Missverständnisse werden vergessen, sind Jahrhunderte später gar nicht mehr nachvollziehbarer. Andere entwickeln sich neu, werden populär oder sind nur in ganz bestimmten Kreisen relevant und auch bekannt. Klar ist, dass Missverständnisse deutlich mehr über den jeweiligen Zeitgeist aussagen als über Jüdinnen und Juden. In der Arbeit auf den verschiedenen Kreisen sehen wir Begriffe, die sehr viel mit Identität zu tun haben, mit politischer Einstellung, mit Gender, mit Religion. Und es gibt auch einen Kreis, auf dem abwertende Begriffe stehen. Das sind oft Begriffe, die in Diskussionen eingesetzt werden, um den Gegner zu deservieren. Und damit wollen wir auch deutlich machen, dass Missverständnisse natürlich nicht nur über Jüdinnen und Juden existieren, sondern über alle möglichen Identitäten und keine Identität davor gewahrt ist, politisch zu instrumentalisiert zu werden oder missverstanden zu werden.